Ja, willkommen zurück zu Dragon Age Origins. So, wir müssen ja jetzt, weil wir sehr voll sind, einmal zurück ins Lager, weil da kommen wir nicht mehr sehr weit mit. Und im Lager werden wir dann halt Sachen verkaufen und einlagern natürlich. Und dann können wir weiter hier im Gebiet der Werwölfe hantieren. So, es war ja so einiges, was hier jetzt war. Mal sehen, was da noch alles kommt. Oder ob es noch weitere Überraschungen, da müssen wir lang, auf uns warten. Weil noch haben sich ja die Werwölfe wirklich noch nicht so arg gezeigt. Die zwei, die uns einmal da entgegengekommen sind, waren ja nicht gerade berauschend, sag ich mal. So. Okay, dann geht's hier weiter. So, und wir müssen da weiter. Einmal durch die Hühle. Dann wechseln wir das Gebiet. So. Okay, du, okay, nee. Hier war ja der Drache, der uns aufgelungert hat. Aber wir haben so einiges wirklich, auch gute Sachen, sehr gute Sachen gefunden. Aber wie gesagt, wir sind jetzt überfüllt. So. Und es kommen bestimmt noch so ein paar Sachen. Und das wäre schade, wenn wir die dann wiederum nicht mitnehmen könnten. So, und jetzt... Ich weiß gar nicht, kann ich direkt von hier? Oder muss ich da wirklich... Äh... Hier sind dunkle Brut, okay. Mal sehen, nee. Wir müssen wirklich hier aus dem Gebiet raus. Gut, dann speichere ich einmal jetzt hier ab, damit wir nicht hier... ...nochmal durch den ganzen Tempel laufen müssen, falls wir jetzt hier... Ähm... Weil die sind nicht gerade ohne. So. Ähm... So, gut. So, nämlich da sind... Äh... So, Liliana, wie wär's, wenn du den da... Den da hinten schnappst? So. Hier, da sind wir. So. Dann... Und die greiften mal an. So. Äh... Win... Gut. Gut, Heilung. So, kriegst du den? Nee. So. Und die kommen halt hier hin. So. Dann locken wir mal... ... ihn mit hier rüber. Ihr könnt da auch... ... ihn mit rüber. Ja. Und du kommst auch mit hier rüber. So. Da kommt er jetzt angekriegelt. So. Und jetzt können... ... alle samt... ... auf ihn drauf. Ich werde es tun. ... ... ... ... So, wie viele haben wir denn da hinten noch? Äh... ... ... ... ... ... Okay, alle jetzt auf ihn drauf. So, da ist noch ein Alpha. So, und jetzt alle auf ihn. So, und jetzt alle auf den Traum. Ja, gut, das war das. Der droppt anscheinend nix. Gucken wir erstmal hier dann hin. Die anderen, der gibt uns sowas. Wird natürlich jetzt noch kritischer. Aber solange sie halt mehr Geld geben, das ist dann nicht schlimm. So, und ein Bundumschlag, das ist auch nicht weiter schlimm, weil davon haben wir ja schon einen Platz im Inventar für. Und, ja, aber noch keine 99, sodass dann ein neuer Stack auch gemacht werden würde. So, okay, dann laufen wir halt zurück. Also, ich könnte zwar auch hier bei den Händler von den Dalish einkaufen gehen, aber ich möchte doch lieber das in unserem eigenen Lager tun. ist mir halt, ist halt etwas einfacher, weil ich da auch dann direkt Sachen ablagern kann. Hier müsste ich, huch, könnte ich ja höchstens nur verkaufen. Warum ist denn hier noch... Wir haben doch das gemacht. Naja, ist bestimmt verpackt. Wir können ja zwar nochmal kurz hinlaufen, aber wir haben ihr ja eigentlich das gegeben. Ihre Eichel. Wird zwar noch immer angegeben, aber sie wird ja höchstens jetzt nur widersprechen. Seid erneut gegrüßt, sterbliches Kind. Ihr treibt durch den Wald wie ein Blatt im Wind. Ja. Nimm mal deinen Questplot weg, Eichel. So, okay. Dann auf, wie geht's nach Hause. So, ins Lager. Ist oft so, dass ich hier irgendwann zurücklaufen muss. Und wir haben fast unsere höchste Kapazität, was Platz im Inventar, also Rucksäcke angeht, erreicht, so kann ich hier, glaub nicht, ne? Doch, gut. Ab ins Lager mit uns. So. So. Ja, dann lagern wir jetzt mal ein bisschen ein. Wir haben ja zum einen bestimmt hier Waffen. Ähm, also die können wir alle verkaufen, das auch. Ähm, da, das, äh, geht hier rein. Ähm, die können verkauft werden. Ähm, die können verkauft werden. Äh, fünf Pfeile behalten wir, das kann auch. Das müssen wir behalten. Äh, ja. Fehlerhafter Kristall brauchen wir nicht reinzutun. So, Rüstungen. So. Drago. Ah ja, das könnten wir ja Liliana dann aufbrummen. Gucken wir mal direkt. Ähm, Inventar. Liliana. Ähm. So, bitteschön. Tragen die wieder nicht ihre Helme? Äh, haha, haha. Pfft. Ach ja, wir können ihn ja dann hier mal einkleiden mit der, äh, Rüstung von seinem, äh, Bruder. So, das heißt, der Elfenhelm geht hier rein, der Tanehelm geht rein, das geht hier rein. Äh, äh, den könnten wir win aufs Ouge erstmal drücken. So, so, Asche, 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 ähm, mal rein. Äh, die können verkauft werden, die können auch, 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 auch. So, so, das geht rein. So, die Bänder-Sachen könnten wir jetzt eigentlich verkaufen. Ähm, so, Moloch geht hier rein. So, Moloch geht hier rein. Elfenrüstung geht hier rein. Ähm, und hier haben wir nochmal Moloch. Das geht hier rein. Also, die können wir verkaufen. Ähm, ja, das kriegt natürlich, äh, Win wieder auf den Kopf. Und das ist Rüstungsdruck, Rüstung, das könnten wir unserem Marbari anziehen. So, ups, dann können wir jetzt hier, ähm, gucken, was wir hier so reintun können. Das, äh, da leben Steine, haben wir schon genug drin. Das kann rein, das kann rein, das kann rein. Ähm. So, das wird verkauft. Die können wir auch verkaufen. Da ist jetzt auch nichts Besonderes mehr dabei. So, haben wir hier. Achso, wir müssen die Amulette und so noch einpacken. So, dann die Runensteine kommen hier rein. Die Geschenke kommen hier alle rein. So, 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 und. Ähm, Topaz, Malachit, Granatum da rein. Das können wir verkaufen. Ähm, ähm, wir tun sie erstmal hier rein. Wir werden die nicht brauchen, aber ich tue sie immer gerne erstmal da rein. So, ähm, ja. Ach, komm, tun wir das Buch erstmal hier rein. So, die Fälle können wir verkaufen. Die müssen wir behalten. Das müssen wir auch behalten. So, dann kommt aber hier noch bei Rüstungen, kommen jetzt noch, ja, hier haben wir doch auch, genau, Amulette, Ringe und so. Auch hier drin. Ähm, fehlerhaft, fehlerhaft. Also, die brauchen wir nicht reintun. So, äh, Verifon. Das kann rein. Das kann rein. Das kann rein. Die Ringe können wir verkaufen. So. Dann müssten wir jetzt soweit alles abgelegt haben. Ähm, was wir soweit ablegen wollen. Ja, das ist sonst zum Verkaufen und wir müssen dann auf jeden Fall, wenn, ups, noch ihren Lappen auf den Kopf tun. So. Watsch. Ähm, und unserem Hundi gucken wir mal, was er, ups, da war er ja schon, was hat er denn hier? Zwei Rüstungsdurchdringungen, acht Rüstungen, dann ist das hier schwächer. Gut, dann kann das erstmal doch hier rein. Ja, hier, ja, hier haben wir auch seine Halsbänder und so drin. So, dann zack, rein damit. So, gut. Dann können wir jetzt noch verkaufen gehen. So. Hallo. Braucht ihr etwas? Mein Sohn oder ich können euch bestimmt weiterhelfen. So. Ich möchte deine Waren sehen. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Ja, ja. So, dann verkaufen wir ihm jetzt hier die Sachen. So, denn wir brauchen die nicht. So, das kann alles weg. Bringt uns auf jeden Fall gut, äh, Geld ein. So, ja, das. Und wenn man, deswegen mache ich auch gerne hier halt bei Baudern das alles, weil wenn ich mich mal verkaufe, kann ich es ja dann auch wieder zurückkaufen und ich muss nicht halt dann, wer weiß wie, rumsuchen, wo habe ich das denn, wem denn was verkauft. So, das müssen wir ja weiter behalten. So. Das geht alles. Ah ja, das wollen wir Gwyn anheften. So, das kann weg. Die weg. Zack. So, die gehen weg. Auch weg. Ja, und da wir jetzt Alistar gleich noch, äh, naja, im nächsten Part halt noch ausrüsten werden, damit er endlich seine, äh, richtige Rüstung anbekommt. Und, so, da kriegen wir ja ordentlich hier Kohle. So, äh, das kann auch noch weg, 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 das weg, das weg, das weg, die Fälle können weg, die nicht, aber die können weg. So, und das müssen wir auch behalten. Ja, jetzt sind wir wieder schön entleert, nur noch das, was wir wirklich so brauchen. So, und, ja, wie es dann, äh, weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Da werden wir auf jeden Fall hier unseren Alistar, äh, seine Klamotten geben. Und, äh, auch, ähm, ja, höchstwahrscheinlich auch Orgrin wird seine Rüstung vielleicht, wenn es geht, äh, bekommen. Ähm, ja, vielleicht, äh, leveln wir auch mal wieder unsere Gefährten, die hier die ganze Zeit im Lager rumstehen. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Äh, über Kommentare würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Auf jeden Fall wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Viel Spaß und bis denn dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017